1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dankeschön. Und jetzt bitte die Kinder, die CH1 da stehen haben. Tina Ruf, wer ist das? Die spielen jetzt mit mir. Und genau dasselbe. 1, 2, 3, 4 La, la, nie, la, nie La, la, nie La, la, la,化 la, la, la die, la, la Nein, Hör mal. Wir müssen zählen. Ja, wir müssen zählen. Wir müssen zählen. Ich zähle. Komm, wir machen, wir machen jeder. Jeder macht mal 1 und dann noch 1. So, Lara, spiel mal ganz oft, dann haben wir auch gut. Ist so gut? Der ist mein Bestes. Ne, dann zweimal da drauf. Ne, stopp noch. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ich mach das schon mal zusammen. Ja. Und wer zählt? Da mal vor. Das zählt. Das kann man auch als Kopf machen. Das war ich besonders schön, wenn wir alle zusammen gespielt haben. Ist es euch leicht oder ist es euch schwer gefallen, mit dem iPad zu musizieren und mit der Gruppe? Nicht so richtig einfach, weil man musste auch immer auf den Text gucken und dass man die richtigen Tasten nimmt. Am Anfang, da war es noch ein bisschen schwer. Aber nachher wurde es immer leichter. Fandst du das gut, dass die Noten jetzt farbig waren? War das für dich einfacher so? Lara? Es war einfacher. Wenn man die Tasten da aufbunden hat und die Noten auch, dann weiß man auch, was man drücken muss. Der Herr Schäfer würde gern nochmal kommen, wenn ihr Lust habt natürlich. Wollt ihr das Projekt weiterführen? Wir sehen uns, am nächsten Mal. Ich fand's jornade, wenn wir jetzt einen goldenen Tag sehen. Und das war wieder. Was für uns haltet? Wir sehen uns, am nächsten Mal. Wir sehen uns, am nächsten Mal. Ja dann! Bis zum nächsten Mal.